Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute Rapper Finch Asozial datet Lilly Becker in London. Ja, ihr habt richtig gehört. Der uns allseits bekannte Finch Asozial hat es jetzt wohl auf die Ex-Frau von Boris Becker abgesehen. Lilly Becker. Ja, Lilly Becker ist natürlich ein kleines Stückchen älter als unser Finch. Finch ist 31 Jahre alt und Lilly Becker schon 45 Jahre alt. Doch dieser Altersunterschied macht den beiden anscheinend nicht viel aus. Und das Ganze ist so ein bisschen über Umwege zustande gekommen. Und zwar sagte Lilly Becker vor einigen Monaten auf einer Gala, dass sie sich wieder neu verlieben möchte, dass sie auch einen neuen Freund haben möchte. Sie hat ihre Erwartungen runtergeschraubt, das heißt er muss eigentlich nur eventuell atmen und einfach nett sein. Und diese Chance nutzte dann Finch, den wir natürlich alle kennen über seine Titel Abfahrt oder vielleicht auch über Rap am Mittwoch. Man kennt ihn auf jeden Fall. Er nutzte seine Chance und schrieb sie prompt bei Instagram an und schrieb ihr wortwörtlich, du musst mal einen Mann treffen, der nicht so versnobbt ist, der nicht in dieser High-Class-Welt lebt. Du musst mal einen treffen, der auf dem Boden geblieben ist und mit dem man entspannt chillen kann. Ja, und für das Ganze können wir uns Finch schon ziemlich gut vorstellen. Ja, die beiden haben wohl einen ganzen schönen tollen Tag in London verbracht. Das Ganze konnte man begleiten auf ihren Instagram-Kanälen. Denn Finch hat dort ein gemeinsames Bild von den beiden gepostet und Lilly auch mehrere Bilder und Videos in ihrer Story, die wir hier schon im Hintergrund die ganze Zeit haben laufen gesehen. Ja, was sagt ihr zu den beiden? Findet ihr die beiden, passen zusammen, bilden sie ein gutes Team? Passt das zusammen, der Brutalo-Rapper Finch asozial mit der Ex-Frau von Boris Becker, Lilly Becker? Passt das zusammen, schreibt mal in die Kommentare, was eure Meinung zu dem Thema ist. Und ansonsten sagen wir bis zur nächsten Folge und ciao.